Der Bessikon Und ich hatte mal eben vor nochmal ein kleines Infovideo zu machen Nämlich Ich wollte nur sagen Könnt man auf Twitter folgen Und auf Facebook Dort heiße ich ja wie gewöhnlich Der Bessikon Nur bei Facebook hätte ich das ein bisschen anders Aber das werde ich halt noch ein bisschen umändern Und Ich werde mir auch noch Instagram machen Also es dauert nicht lange Ungefähr nach diesem Video Werde ich das noch unten in den Kommentaren schreiben Oder in der Beschreibung Kommt drauf an Gut, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen Und übermorgen Sollte mein Kanaltrailer kommen Und ich verspreche sogar hochuneilig Es kommt Das war's von mir, ciao